Hi, mein Name ist Andreas Aueger, ich bin der Regisseur von Space Doors Mission Ever, dem schlechtesten Film aller Zeiten. Wer ihn noch nicht gesehen hat, hier kann man ihn downloaden. Eigentlich wollte ich keine Filme mehr drehen, da es gänzlich unmöglich ist, den schlechtesten Film aller Zeiten zu toppen. Aber ich bin dann auf einen Stoff gestoßen, der mich dann doch noch interessiert hat. Das Drehbuch ist fertig, das Baby heißt Das verrückteste Ende der Welt und erzählt die Geschichte eines Pizzaboten, der zusammen mit Gott 50 Pizzen austrägt. Man kann also vom Comeback des Jahrtausends sprechen, denn God is back in action. Es ist ein Episodenfilm, jetzt gilt es diesen Episodenfilmen in einzelne Kurzfilme zu legen, sich zu überlegen, wer könnte was spielen, wo könnte man was drehen. Dazu werde ich in nächster Zeit auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg dorthin begleitet und mich unterstützt und freue mich aufs nächste Jahr und verabschiede mich vorläufig mit der Frage Lust auf eine Pizza?